Das reicht schon. Ein wenig Wasser vorne weg. Das ist ein bisschen viel Wasser. So, gehen wir rein. Ich glaube, jetzt mag ich ein Weißbier. Christian! Hallo! Grüß dich! Eine Fahrt im Weißbierkarussell. Ich habe schon ein Wasser von deinem Trinkwasserbrunnen gehabt. Ein Glas habe ich schon mitgenommen. Super. Da brauchst du keine Pfand mehr zahlen. Leer ist. Könnte man vielleicht die Luft rauslassen, oder? Ja. Und nebenbei könnte ich dir meine Tochter vorstellen, weil die ist bei mir ein Weißbierkarussell. Einfach mit drauf springen? Genau. Weil das ist die Anna-Maria. Weil die weiß auch Bescheid und konnte den Auftrag weitergeben, dass wir ein gescheites Weißbier kriegen. Anna-Maria, weil das Wasser, das hat mir jetzt gereicht. Ich habe viel zu viel eingeschenkt. So ein Weißbier. Jetzt schauen wir, dass wir ein gescheites Hofbräuweißbier kriegen. Solche Frauen, ich mag sie einfach. Allgemein solche Familien mag ich einfach. Ich habe mich eh schon wieder... Weißt du, ich habe mir gedacht, jetzt muss ich endlich mal wieder Fahrgeschäft fahren. Und da traust du dir auf das gefährlichste Fahrgeschäft auf. Du magst dich nicht festhalten. Weil das traust du ja so wahnsinnig schnell. Ja, das ist vielleicht der Grund, warum ich dann ein zweites Weißbier brauche. Weil auf einem Wein steht sich sehr schlecht. Wenn du die richtige Umdrehung hast, dann passt das bei uns. Wie viele Runden fahrt ihr so während der Wiesn? Viele. Alle acht Minuten ein Weißbier. Ich trinke. Eure Runden dauert acht Minuten. Ah, aber ich trinke nicht alleine, gell? Wenn ich jetzt schon Vater und Tochter neben mir habe, dann... Also gut, dann. Dann möchte ich das auch genießen. Jetzt okay. Prost! 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 Wir sehen uns dann in acht Minuten wieder, weil dann kommen wir wieder rum, gell? Wir sehen uns dann. Ja, bitte. Die Musik ist wirklich. Die Musik ist wirklich. Als Capar. Die Musik ist wirklich. Bis zum nächsten Mal. Die Musik ist.